Der erste der von uns allen rausfliegt in seiner Diff. Ja. Ich hab Autos an, obwohl ich oben gerückt hab. Skippen die Red Coins, holen uns woanders nen Backup Stern. Vielleicht saveen wir so ne Zeit. Oh, oh, oh. Mamma mia. Ich geb'n Holzhacken und wenn ich wiederkomm, dann will ich mein Essen auf den Tisch, okay? Wie schreckt. Hast du auch das Wild erlegt? Und das Feuer gemacht? Ja, ja. Geh mal nen Kühlschrank holen wir ein Bier. The only age für sieben Monate schreibt Moin. Der Hippie für 28 schreibt Wupp, Wupp, Wupp. Er hat sowas von keinen Bock. Er hat gern nie, er schüttelt den Kopf und geht. Er hat einfach keinen Bock. Tschüss, mein Freund. Toffi ist der Herr des Hauses. Aber was, wenn man ne Schlange mit einem Hund spielen will, dann... Komm, oder? Oh, oh. Das war auch nicht so gemeint. Oh, sorry. Immer noch Heaven oben. Und? Heaven. Ich flash ihn. Es gibt niemanden, der das härter verkacken würde mit einem Stream lang kein Englisch sprechen als Basel. Shorty vielleicht. Aber Shorty hat ja nur zwei Wörter, die sie sagt. Immer nur literally und... Wer heißt der andere? Man, ich kann ihm das andere Wort aussprechen. Literally... Actually, ja. Actually und... Warum kann ich denn sie aussprechen? So, und die letzte Frage ist... Meinung zu Bruno... Meinung zu Bruno Banani... Ach... Ich hab kurz... Ich hab kurz meinen Namen gelesen, ne? Ich musste ihn ein bisschen testen. Ich hab kurz auf meinen Namen gehofft. Ich hab kurz meinen Namen gehofft. Der Bruno Banani... Ja gut, dann viel Erfolg dir jetzt, ne? Ja, genau. Super, ciao! Ciao! Jo. Gut, ciao! Jo, Leute, jetzt schöne Triad Solo Q. Hau ab jetzt, du ekel Schweine! Oh, ich hab mich verschluckt, ey! Scheiße! Boah, Scheibenkleister! Gut, jetzt, ciao, ne? Ciao! Okay, okay, okay. Ah! Ich weiß nicht, wenn du wieder ausholt, ne? Ich weiß nicht, wenn du wieder ausholt, ne? Gnädige Person. Matteo! Ja? Ähm... Ähm... Der hat mir auch kurz gehofft! Iiiiih! Oh, das ist ja widerlich! Morgen! Ehhh... Ehhh... Ich glaub, ich seh auch gar nix! Wer steuert eigentlich unser Schiff die ganze Zeit? Keiner, ne? Ja, hier, oder nicht? Ich dachte, ich... Ne, keiner! Eigentlich keiner, ne? Ähhh... Ich hab noch einen Ladung über! Neee! Ich darf nicht abklatschen. Ach, sie, fertig! Puh! Also, ich klatsch nur mit meinem Hongkong ab. Was für dein Hongkong? Donkey Kong eigentlich! Ich leg den Dreizack vorne hin, das heißt, wir können dann... den benutzen als... Keine Ohne! Äh, wir steuern genau auf ne Intel zu! Wir müssen hart... Ja, auf die Intel müssen wir! Achso! Warum steuert schon wieder keiner? Ich hab kurz viel Kopf, nach die Pauze! Junge! Das ist richtig! Da müssen wir hin! Achso, okay, okay! Ja, da müssen wir drauf! Und da ist das nächste... Das ist der Outpost! Achso, der Outpost! Sieht aber gar nicht so aus wie ein Outpost! Ja! Das hab ich schon mal probiert! Littlily! Oh my god! Das ist, weil ich nicht geschlafen hab! Hier befindet sich Littlily! Littlily! Mann! Äh! Jetzt hört auf! Gar keine Angst zu mir, ich weiß es auch! Ich glaube, langsam sollten alle da sein... Haben sie... Nein, gar keine Angst zu mir! Okay, ich glaub, die haben die versteckte Kamera gesehen! Okay, verhaltet euch normal! Verhaltet euch normal, Chat! Timmit heißt rückwärts auf Timmit! 30 Sekunden left! Was?! Nein! Wo ist denn Düsseldorf? Bist du Düsseldorf? Wow, first click! Habt ihr das gesehen?! Oh! Ich hab keinen Frust mehr! Willkommen in meinem Welt! Du bist zurück! Kannst du da noch? Spike plantet! Okay, ähm... Was tun wir jetzt? Wir dodgen seinen ersten Angriff und rennen dann diese Treppe links oder rechts hoch, right? Das ist mein Gedanke. No! In Base steht noch einer! Mitte raus einer! So! Und damit offiziell hat sich die Diskussion erledigt, ob Schally M4 oder M4 A4! Oh, der kriegt ihn in der Kurve! Das wird knapp! Der kriegt ihn in der Kurve! Der kriegt ihn in der Kurve! Der hat besseren Outspeed! Guck mal! Oh, die hat aber auch keinen genommen! Oh! Oh mein Gott! Nee! So dunkel... Oh leut! Wie hab ich das gemacht? Großen Salut! Ich hol mir den jetzt! Hey! Hey! Wie 80! Kann ich hier rein? Ôh... Stand auf! Kann ich hier rein? Sebel kaputt gemacht, was? Willige, verdorbene Nonnen wollen dein Säbel spüren. Was ihr denkt. Ihr könnt ja jetzt schon mal ein bisschen gucken, wer gut ist in diesem Spiel und wer nicht so gut in diesem Spiel ist. Nein, einfach niemand. Und dann möchte ich gerne mal gucken, was ihr denkt, wer wer gewinnt. Schlupfi! Ich glaube, Schlupfi gewinnt. Ihr müsst, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Teppich killen könnt, wir hier erst mal das Radio wegmachen. Das Radio wegmachen. Und dann... Ich bänge eins. Einfach hier. Ich habe hier auch schon mal wen gekillt, aber sobald die sehen, dass da Schüsse kommen, gehen die weg. Ganz hoch, hoch. Dann bängst du einfach hier auf Radiohöhe hier. Und dann hast du den Refrag. Hast du gesehen? Ihr Wichser und es kippt die Scheiße auch mal! Okay. Literally. Boah, das ist aber schwierig, oder? Da rollt ihr die Zunge richtig. Literally. 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 So ungefähr, ne? Literally. Hier sind die Einträge für Galerie in der Nähe des Standorts Hamburg. Ja, ich meinte Galerie. Literally. Laut Net-Doktor, Blähungen hat fast jeder Mensch von Zeit zu Zeit. Dabei befindet sich zu viel Luft im Wahn, die drückt und zwickt. Meist haben Blähungen keinen Krankheitswerk und verschwinden von allein. Wie k... Was? Was? Like my dick. So you go.